Herzogin Meghan, 40, und Prinz Harry, 37, legen einen absoluten Wow-Auftritt hin. Nach ihrem Ausstieg aus der britischen Königsfamilie im Frühjahr vergangenen Jahres zeigen die zweifachen Eltern sich eher selten in der Öffentlichkeit. Nun schritten Meghan und Harry zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über einen roten Teppich und das Comeback des Paares auf dem Red Carpet hätte kaum glamouröser ausfallen können. Am Mittwoch nahmen Meghan und Harry an der Slut du Friedemgele in New York teil und begeisterten mit ihrem Auftritt. Vor allem das Outfit der ehemaligen Suits-Darstellerin starr ins Auge. Meghan trug ein rotes Kleid, das neben einem hohen Beinschlitz und einem tiefen Ausschnitt auch über einen freien Rücken verfügte. Um nicht von der Schulter freien Robe abzulenken, trug sie ihre Haare streng zu einem Dutt gebunden. Dazu wählte die 37-jährige schlichten Schmuck und rote Samt-Pumps. Aber auch Harry konnte sich an der Seite seiner Ehefrau mehr als sehen lassen. Der Duke of Sussex trug einen klassischen Anzug. Passend zum Event, die Veranstaltung ehrte Militärveteranen, hatte er das Kreuz für Night Commander of Royal Victorian Order um seinen Hals gebunden. Sowohl Harry als auch Meghan schmückten ihre Looks außerdem mit einer roten Mohnnadel, dem Symbol für das Gedenken an die gefallenen Soldaten. Tipps für Promiflash? Einfach e-mail n-tips-at-promiflash.de